Im Brüchselkrog gibt es auch das erste ruhige Frühstück. Wir haben das erste Mal Zeit und müssen nicht morgens um sieben los. Ist auch schön, ne? Tja, irgendwann müssen wir uns hier verraten. Wir sind gar nicht in Schweden. Ich bin im Mittelmeer. 20 Grad. Bisschen sind im Mittelmeer zu viel erliefen. Aber woran man sieht, dass wir nicht immer mehr sind, sind fast alleine hier. Heute, die auf dem Weg nach Westen. Und das ist die Anfahrt nach Westerweg. Bei Windstille und öligem Wasser fahren wir gleich in die Scheren rein. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das sind Blaualgen. Noch ziemlich starker Teil. Aber wenn es ein bisschen länger ruhig ist, dann kommen die alle nach oben. Und dann binden die Matten. Erst Kontakt mit der Scherenwelt. Erstmal so ein paar nackte. Und dann vorne geht es dann rein in die Gewalteten. Das ist ja Polly. ist er nie enge gekommen, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020